Innovation aus der IKT-Welt von morgen live erleben und ihre Wirkung in der Gesellschaft diskutieren. Dazu konnten wir unsere Gäste bei unserem diesjährigen FZI Open House im Februar wieder begrüßen. Vier spannende Transferforen zu den Themen Mobilitätssysteme, Robotik, IT-Sicherheit und Klimaschutz mit Inputs von Expertinnen und Experten aus Forschungseinrichtungen und der Industrie gestalteten den Tag ebenso wie eine Keynote von GI-Präsidentin Christine Regitz. Hinzu kamen die vielseitigen Präsentationen und Demonstrationen in und um unsere einmalige Forschungsentgebung, das FZI House of Living Labs, mit seinen Reallaboren, bei denen unsere Besucherinnen und Besucher Forschung aus erster Hand kennenlernen konnten. Mit einer Panel-Diskussion am Nachmittag schlossen wir den gemeinsam verbrachten, inspirierenden Tag mit unseren Gästen ab. Auch das Kontakte-Knüpfen und der Austausch zu Fachthemen waren in den Pausen und im Lunchbreak nicht zu kurz gekommen. Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden und wir freuen uns schon auf das kommende FZI Open House am 15. Februar 2024.